Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, der Psychologie-Podcast für alle normalgestörten mit Stephanie Stahl und Lukas Klaschinski. Wir hatten letztes Mal den Titel Passen wir zusammen. Also da ging es auch um Persönlichkeitstypen, welche besser zusammenpassen, welche vielleicht nicht so gut zusammenpassen. Und wir haben gesagt, wir gehen da nochmal tiefer rein in das Thema, weil das Thema Persönlichkeitstypen ist spannend. Es bezieht sich ja auch nicht nur auf Liebesbeziehung, sondern Beziehung im Allgemeinen. Sobald wir jemand anderes besser kennen und die Struktur in seiner Persönlichkeit, fällt es uns leichter, ihn zu verstehen und auch in Beziehung mit demjenigen zu gehen. Und es hilft uns vor allem auch im Beruf. Das ist ein sehr, sehr universelles Thema. Ja, auf jeden Fall. Also dieses Thema der Persönlichkeitstypen, das kommt ja ganz ursprünglich aus Deutschland beziehungsweise der Schweiz. Das war der berühmte Schweizer Arzt C.G. Jung, der bestimmte Eigenschaften, so universelle, über die jeder Mensch verfügt, herausgefunden hat. Und dann kamen noch zwei Amerikanerinnen dazu, Isabel Myers und Catherine Briggs, die das nochmal weiterentwickelt haben. Und letztlich ist man dann auf so 16 unterschiedliche Persönlichkeitstypen gestoßen und die setzen sich zusammen aus vier mal vier psychologischen Dimensionen. Also eine psychologische Dimension ist zum Beispiel Intro- und Extroversion. Und eine psychologische Dimension kann man sich vorstellen wie eine physikalische, also nehmen wir mal Temperatur. Die Temperatur ist ja skaliert von minus 50 bis plus 50 Grad. Dann gibt es irgendwo einen Nullpunkt und dazwischen gibt es ganz viele Abstufungen. Und so kann man sich auch eine psychologische Dimension vorstellen. Es gibt Intro- und Extroversion an den Endpunkten sehr ausgeprägt, also sehr, sehr extrovertiert, sehr introvertiert. Und dazwischen gibt es viele Abstufen und theoretisch auch einen Nullpunkt für Leute, die ziemlich in der Mitte stehen. Aber nach dem Konzept der Persönlichkeitstypen neigt jeder Mensch eher zu der einen oder zu der anderen Ausprägung. Also es ist eher ein bisschen Intro oder eher ein bisschen extrovertiert. Und die nächste Dimension wäre dann, ob wir eher konkret oder eher abstrakt sind. Die Abstrakten sind die Theoretiker, die in großen Konzepten denken, die in roten Linien sehen und wahrnehmen auch. Also die haben auch eine schlechte Detailwahrnehmung hier in der konkreten äußeren Welt. Während die Konkreten sind sehr viel mehr in der äußeren materiellen Welt verhaftet und interessieren sich mehr auch für diese Themen. Das sind oft die Handwerker, die Architekten, die Ärzte, auch Zahnärzte, die so mit ganz konkreten Themen zu tun haben. Während die Abstrakten sind oft konzeptionell unterwegs oder Philosophen, Psychologen, also die gerne in Konzepten denken und auch neue Konzepte denken. Also wir sind eher abstrakt. Wir sind auf jeden Fall abstrakt. Okay. Wir sind auch beide extrovertiert. Ja, okay. Leicht zu sagen, hier beide vor dem Mikrofon. Ich glaube, gerade den beruflichen Kontext, den man wählt, der sagt auch viel über den Persönlichkeitstyp auf. Und wie glücklich man vielleicht auch in seinem beruflichen Umfeld wird, wenn man jetzt ein abstrakt denkender Mensch ist und einen sehr konkreten handwerklichen Beruf ergreift. Kann das auch passieren, dass einen der nicht völlig ausfüllt, ne? Genau. Gut, bei den handwerklichen Berufen, man fühlt sich auch zu Berufen angezogen. Deswegen ist es eher wahrscheinlich, dass ein Abstrakter vielleicht einen anderen Beruf wählt. Aber wenn er innerhalb dieses Berufes, ich sage mal, er hat zum Beispiel BWL studiert und landet jetzt in einer Firma und wird jetzt aber mit Aufgaben betraut, die sehr pingelig sind. Also in der Buchführung, Buchhaltung, sowas. Also wo es sehr, sehr genaue Zahlen, sehr rechnen, sehr Piedelkram. Piedelkram, das sagt schon, dass du dich damit nicht gerne beschäftigst. Nee, genau. Ich auch nicht. Die Abstrakten mögen das nicht. Also die machen lieber ein ganz neues Konzept und dann sollen andere, nämlich Konkretes übernehmen, dieses Konzept dann detailfein auszuarbeiten und es so funktionierend zu machen, dass wirklich die konkrete Umsetzung auch funktioniert. Und das ist dem Abstrakten meistens schon wieder zu langweilig und zu fummelig. Gehen wir doch nochmal, bevor wir mit den anderen zwei Persönlichkeitsdimensionen weitermachen, auf Intro und Extrovertiert ein. Woran erkennt man Introvertierten? Also ich meine, klar, redet wenig, aber was sind noch so Sachen? Nicht zwangsläufig. Okay. Also da vertut man sich. Ich kenne so und so viele Introvertierte, die ganz gern und gut reden, vor allen Dingen, wenn es so auf ihre Themen kommt, die sie interessieren. Ich sage mal, mein Mann, der ist zum Beispiel introvertiert, aber in Gesellschaft redet er gern, weil der auch breit aufgestellt ist und viele Themen hat, wenn es auf seine Themen kommt. Aber nach der Gesellschaft braucht er erstmal wieder ein bisschen Zeit für sich alleine. Und das ist typisch für Introversion. Und Extroversion, das sind nämlich eigentlich energetische Konzepte. Das heißt, die Intros tanken Energie auf, indem sie sich zurückziehen und erstmal wieder für sich allein sind. Das heißt, zu viel Kontakt in der äußeren Welt finden Introvertierte als ermüdend und anstrengend. Und die Extrovertierten, wie du und ich, die tanken eigentlich ganz gut ihre Batterien im Kontakt ab. Nach so einer Party geht es uns gut, ne? Ja, genau. Oder zum Beispiel, wenn ich einen langen Arbeitstag habe, finde ich das durchaus angenehm, mich abends mit Freunden zu treffen und ein bisschen zu quatschen. Also ich kann ganz gut im Kontakt mit netten Leuten eben auch Batterien auftanken. Also es ist erstmal so ein energetisches Konzept, aber an beiden Eigenschaften hängen unheimlich viele weitere, ich sag mal, Sub-Eigenschaften dran. Also ich fange mal mit den Introvertierten an. Deren Gehirn ist etwas anders aufgebaut als das extrovertierte Gehirn. Das heißt, die Introvertierten haben etwas längere Nervenbahnen, sind deswegen auch nicht so stürmisch in ihrer Reaktion. Die Extrovertierten sind ja leicht impulsiv auch und sehr schnell auch in ihren Handlungen, auch risikobereit. Die Intros sind eher besonnen und nachdenklich und denken auch nach, bevor sie sprechen. Also wenn man ein Intro eine Frage stellt, dann geht er kurz in sich, um dann die Frage zu beantworten, wenn die Extrovertierten Sprechdenker sind. Das heißt, während sie sprechen, können sie denken und sind dann oft überrascht im Guten wie im Schlechten, was sie alles so von sich geben. Und die Intros sind mehr auf Besonnenheit und Stabilität aus. Die brauchen auch eine gewisse Sicherheit und eine gewisse Regelmäßigkeit, um sich wohlzufühlen. Bauen tatsächlich auch weniger Unfälle. Während die Extros risikobereiter sind, schneller, auch entschlussfreudiger, impulsiver auch im Handeln. Können auch zu einer gewissen Oberflächlichkeit neigen, weil sie nicht so sehr in die Tiefe gehen. Während die Intros sich über einen langen Zeitraum intensiv mit ihren Themen beschäftigen können, die sie interessieren. Die können sich sehr lange fokussieren und konzentrieren, brauchen auch weniger Anerkennung von außen. Also ich sag mal, der Forscher, der in jahrelanger Einsamkeit an seinen Projekten arbeitet und keiner glaubt mehr dran. Und letztlich doch zum Erfolg kommt. Das ist ein typisches Beispiel für introvertiertes Schaffen. Woher kommt es dann, dass manchmal Leute, die eigentlich extrovertiert wirken im Arbeitskontext, tatsächlich introvertiert sind? Das liegt daran, dass wir Neigungen haben. Also ich nehme mal das Beispiel mit der Händigkeit. Also anhand der Temperatur habe ich jetzt mal gesagt, wie man sich so eine Dimension vorstellen kann. Aber wir tragen immer alles in uns. Beides tragen wir in uns, wie unsere beiden Hände. Die allermeisten Menschen geben einer Hand den Vorzug, der rechten oder der linken. Und trotzdem können sie auch die andere Hand, also mit der anderen Hand was machen. Also auch die andere Hand ist wichtig. Und so ist es eben, dass zum Beispiel ein Introvertierter im Job, wenn es auch um seine Themen geht, durchaus da redet und viel redet und gerne redet. Aber wenn er nach Hause kommt, dann braucht er erstmal dringend seine Ruhe. Dann muss ich erstmal wieder in der Ruhe erholen. Und ich bin ja zum Beispiel extrovertiert, aber ich habe auch durchaus meine introvertierten Momente. Ich lese zum Beispiel gerne, ich spiele gern Klavier. Ich kann manchmal auch richtig mundfaul sein. Also ich kann auch beides und trotzdem würde ich mich klar als extrovertiert klassifizieren. Also wenn sich jemand wundert jetzt und sagt, oh je nach Situation bin ich immer so oder so. Dann vielleicht nochmal die Frage sich vorlegen, wie bin ich denn in meiner Freizeit? Denn in der Freizeit verhält man sich meistens nach seinen eigenen Neigungen, während man im Beruf auch durchaus lernt, sich Sachen anzugewöhnen, die gar nicht so der eigenen Neigung entsprechen, weil es einfach berufsbedingt wichtig ist. Und das finde ich auch so wichtig, weil du es gerade aufschlüsselst. In unserer Gesellschaft sind ja mehr die Extrovertierten im Vordergrund und werden auch gewürdigt für die meisten Sachen. Und das ist so ein Konzept, was viele anstreben. Aber beides hat seine Qualitäten und seine Berechtigung. Und da gibt es kein Besser oder Schlechter, auch in den Persönlichkeitstypen nicht. Absolut. Es ist völlig wertungsfrei. Also beide haben ihre großen Vorteile und natürlich beide haben auch ihre Herausforderungen oder Schwächen oder Hürden, wie du es immer bezeichnen möchtest. Aber beides ist gleich gut. Und ich bin der tiefen Überzeugung, dass die Evolution diese beiden Typen herausgebildet hat, wie auch die anderen vier Dimensionen, weil wir in der Gesellschaft immer beide brauchen. Wir brauchen die handlungsentschlossenen, spontanen, reaktionsschnellen, extrovertierten, genauso wie die besonnenen, fokussierten und nachdenklichen Introvertierten. Welche Persönlichkeitsdimensionen gibt es denn noch? Wir waren bei Intro- und Extroversionen. Wir waren bei abstrakt und konkret. Dann gibt es noch die Fühl- und Denkentscheider. Die Fühlentscheider sind die, das sind eigentlich diese Menschen, die auch gerne so auf Harmonie bedacht sind. Wenn ein Fühlentscheider sich was überlegt, was er tun möchte oder eine Entscheidung trifft, überlegt er auch immer, wie wirkt sich das denn jetzt auf mein Umfeld aus. Sie sind sehr wertebezogen. Sie entscheiden auch viel aufgrund ihrer persönlichen Werte, die sie pflegen und hegen. Sie sind empathisch und zugewarmt. Das sind oft diese Typen, die man so als warm und herzlich empfindet. Und die Denkentscheider sind sachlicher. Die haben immer so eine gewisse kritische Distanz. Die haben einen kritischen Blick und bilanzieren sehr viel nüchterner und wägen ihre Entscheidungen oft nach einer objektiven Sach- und Datenlage ab. Wirken im persönlichen Kontakt distanzierter. Und keine der beiden Entscheidungsarten ist besser oder schlechter. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, um was es auch geht. Bei reinen Sachentscheidungen ist sicherlich die denkorientierte Entscheidung besser. Das heißt, der Denkentscheider wird sich, wenn er ein Auto kauft, aufgrund sachlicher, nüchterner Überlegungen entscheiden, welches Auto jetzt, was weiß ich, am wenigsten verbraucht, beste Bewertungen hat, gutes Preis-Leitungs-Verhältnis und und und. Und nicht nur die guten Folgen und die Farbe. Wenn der Fühlentscheider einfach zum Beispiel zu dem Ergebnis kommt, auch das Auto fühlt sich gut an, das ist cool, das ist so schön, hat eine tolle Farbe, also viel emotionaler vielleicht in dem Punkt entscheidet. Auf der anderen Seite, wenn es in dem weiten Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen gibt, sind die Fühlentscheider oft überlegen. Das heißt, wenn eine Denkentscheider-Chefin von ihrem Fühlentscheider-Mitarbeiter hört, pass mal auf, du musst mal die Frau Müller ein bisschen mehr anerkennen und setzt die mal mit dem Herrn Kunz auseinander, die beiden können nicht miteinander, dann sollte die Denkentscheider-Chefin da durchaus zuhören. Denn so dieser Faktor Mensch wird zum Teil von den Denkentscheidern einfach auch unterschätzt. Aber es ist wirklich auch keine Intelligenzfrage, das ist Intelligenzunabhängig. Das hört sich manchmal so an, wie wenn das so die besseren, rationaleren, intelligenteren Entscheidungen die Denkentscheider treffen würden. Das stimmt aber nicht, das ist einfach nur eine andere Art und Weise, so auf die Welt zuzugehen. Und ich denke, auch da braucht die Welt immer beides. Sie braucht halt diese zugewandten, kooperativen, bezogenen, wie auch die etwas kühleren, nüchterneren Denker. Und hier kann man jetzt auch schon sehen, wie sich diese Typenlehre halt auch, wie diese Dynamiken ergibt. Stell dir vor, jemand ist introvertiert und Denkentscheider. Wow. Dann ist er natürlich ein vollkommen anderer Typ, als wenn er extrovertiert und fühlentscheider ist. Und die beiden stehen sich auch ein bisschen skeptisch gegenüber. Also ich bin zum Beispiel extrovertiert und fühlentscheider, du ja auch. Was ist dein Mann? Nein, mein Mann ist auch fühlentscheider, der ist nur introvertiert. Ah, okay, gut. Also bis hierher sind wir beide, du und ich, korrekterweise müsste man sagen, extrovertiert, nämlich nach außen gerichtet. Aber es hat sich umgangssprachlicher sehr durchgesetzt, dass man extrovertiert sei. Also richtigerweise wäre es extrovertiert. Wir sind beide abstrakt und wir sind beide fühlentscheider. Und die letzte Dimension ist sozusagen die Frage des Lifestyles. Also wie man seinen Daseitsvollzug sozusagen organisiert, ob man eher zu diesen organisierten Typen gehört oder zu den lockeren. Die Organisierten sind die Erfinder und Benutzer von Erledigungslisten. Die listen auf, was es zu erledigen gibt, haken es ab. Die haben auch so einen inneren Drang, Sachen zu erledigen. Das Leben abzuarbeiten. Abzuschließen, ja. Entscheidungen zu treffen, abzuschließen. Die haben eine gute Zeitanteilung. Die haben ein gutes Gefühl für Struktur. Also wenn die ein Projekt haben oder eine Aufgabe haben, was jetzt über einen längeren Zeitraum geht, fangen die rechtzeitig an und schaffen es auch meistens so, die Deadline einzuhalten. Für die Lockeren ist die Deadline eher so eine lose Verabredung. Vielleicht mal mit einer Aufgabe zu beginnen. Die Lockeren sind viel spontaner, flexibler, aber auch schlechter in ihrer Zeitanteilung. Es sind Meisterinnen und Meisteren, Dinge auf den letzten Drücker zu erledigen. Manchmal auch Sachen auf die lange Bank zu schieben. Die Lockeren haben immer Sorge, etwas zu verpassen. Also in den Lockeren erzeugt es innere Spannung, wenn sie eine Entscheidung zu treffen haben. Weil sie immer Sorge haben, es könnte noch was Besseres kommen. Und deswegen halten die ihren Informationsfilter, solange es geht, offen. Und bei den Organisierten erzeugt es Spannung, wenn sie eine Entscheidung zu lange vor sich her tragen. Also die haben so einen inneren Druck, irgendwann auch eine Entscheidung zu treffen. Und das hat eben auch zur Folge, dass Organisierte schneller beurteilen. Deswegen heißen die im Englischen auch Judger, Beurteilungstypen. Denn dadurch, dass sie den Drang haben, sich zu entschneiden, müssen sie schneller zu einer Meinung kommen. Sie müssen schneller eine abschließende Meinung sich bilden. Während die Lockeren nicht so schnell zu einer Meinung kommen. Die lassen alles so ein bisschen offener, sind dafür aber eben, wie gesagt, auch flexibler, spontaner und oft auch kreativer. Die Lockeren haben auch oft so ein bisschen höheres kreatives Potenzial. Wo würdest du dich denn da einordnen? Eher organisiert oder eher locker? Voll organisiert. Ja, ich auch. Dann sind wir auf allen Dimensionen erst mal sehr ähnlich. Ja, deswegen. Also wir würden zum Beispiel super gut zusammenpassen. Weil gerade die Abstrakten, die auch noch Fühlentscheider sind, gehören gemeinsam zum Temperament der Idealisten. Das sind alle, die die Abstrakte für den Scheider, und das sind wir. Und die verstehen sich blind. Egal, ob sie introvertiert sind. Also mein Mann ist zum Beispiel auch in allem gleich, nur ist introvertiert. Und gehört damit aber auch zu den Idealisten. Und mein Mann und ich, wir verstehen uns auch total gut. Und du verstehst dich auch super mit dem. Also du wirst dich mit allen super auf Anhieb verstehen, die genau diese Kombination haben. Und wenn du in dein Team guckst und die alle mal den Test machen würden, kann es sogar sein, dass die sich total tummeln in deinem Team. Ja, weil man das auch anzieht. Genau. Weil man die so sympathisch findet bei der Vorstellung. Ja, ich muss auch sagen, was ich nicht so sympathisch finde im Arbeitskontext ist, und wir haben ja auch gesagt, das betrifft die Persönlichkeitsdimension auch gerade im beruflichen Kontext, wenn jemand so locker sein Leben führt. Das ist in der Freizeit total cool und das macht auch Spaß. Aber sobald es um Deadlines geht, sobald es darum geht, Projekte abzuschließen, habe ich mehr Schwierigkeiten, mit der Art von Persönlichkeitstyp klarzukommen. Weil ich frage die am Tag davor, sind die Sachen fertig, sind die Listen fertig? Und dann so, nee, da sitze ich gerade dran. Und kurz vor Interviews, da sitze ich immer noch dran. Nein, ich... Das macht uns Organisierte ultra nervös. Ja, total. Während die Lockeren uns als rigide und antreiberisch empfinden. Ja, die habe ich auch schon öfters gehört. Die haben immer so das Gefühl, dass wir die alle unter Druck setzen und irgendwie Stress verbreiten. Also ich habe dich ja jetzt immer hier für die Studioaufnahmen immer morgens abgeholt. Wenn ich locker gewesen wäre, da hättest du erst mal warten können wahrscheinlich. Total, du warst immer pünktlich. War immer pünktlich. Du hast dich heute entschuldigt, obwohl du nur 30 Sekunden zu spät warst und meintest, das war so stressig und du musstest noch ein paar Sachen machen. Ich dachte, worüber reden wir hier gerade? 30 Sekunden? Ja, das finden Lockere zum Beispiel wieder total unsympathisch. Das finden die spießig, ne? Das finden die total uncool. Okay, also ich bewundere das auch, so locker durchs Leben gehen zu können, aber ich fühle mich da fast unsicher, wenn ich nicht meine Listen habe, die mir Struktur geben und wo ich weiß, da ist alles drauf, sonst kann ich mich nicht persönlich entspannen. Genau, also uns gibt halt Struktur Halt. Also eine Frage in unserem Test, ich habe ja so einen Test entwickelt auch, den könnt ihr übrigens kostenlos im Internet machen, wenn ihr einfach mal auf meine Homepage geht. Stefanie Stahl.de Genau, also eine Frage in dem Test ist eben auch, langfristige Pläne A, geben mir das Gefühl, in einer Zwangsjacke zu stecken, B, geben mir das Gefühl, alles im Griff zu haben. B, definitiv B. Okay, Fühl- und Denkentscheide hatten wir ja. Kann es auch manchmal sein, dass Persönlichkeitstypen, die sehr unterschiedlich sind auf den Dimensionen, sich trotzdem gut ergänzen oder ist die Wahrscheinlichkeit aus deiner Erfahrung eher besser passend, diejenigen, die ähnliche Dimensionen haben? Die ergänzen tun die sich in jedem Fall gut. Die ergänzen sich sogar perfekt. Die Frage ist nur, ob sie mit dieser Ergänzung umgehen können oder ob sie eher immer in einen Konflikt gehen. Denn die Ergänzung ist natürlich super, weil jede Dimension hat ihre Vorteile, hat aber auch ihre Nachteile. Nehmen wir einfach nur mal organisiert und locker. Ja, wir sind zwar, wir entscheiden uns schnell und haben zu allem eine klare Meinung, aber manchmal machen wir den Filter auch zu schnell zu. Ja. Also ich erlebe es bei mir auch persönlich, gerade weil ich auch noch extrovertiert bin, bin ich ja noch schneller in der Entscheidung. Also ich kann hier einige Beispiele nennen, wo ich mich einfach zu schnell entschieden habe, wo ich einfach zu früh, ich sag mal, dicht gemacht habe und mir dadurch auch ein bisschen wiederum den Weg für Flexibilität verbaut habe, wo ich manchmal schon dachte, Mist, hättest du das dich da mal nicht schon festgelegt, weil tatsächlich noch andere Möglichkeiten, bessere Möglichkeiten um die Ecke gekommen sind. Wie gesagt, sind die Organisierten auch nicht ganz so kreativ. Die Lockeren haben oft ziemlich gute, flexible Ideen und die sind zwar nicht so organisiert, aber wenn es bei dir mal brennt in der Hütte, Lukas, in deiner Firma, dann sind die Lockeren gefragt. Die sind nämlich Meister darin, in brenzligen Situationen spontan ganz schnell zu reagieren. Und ich suche erst mal meine Liste. Wo steht das auf meiner To-Do-Liste? Die sind die super Feuerlöscher, ja. Also jede Dimension hat so ihre Vor- und Nachteile und deswegen ergänzen die sich natürlich toll. Aber tatsächlich ist es so, neulich hatte ich erst noch ein Luxemburger Pärchen, also meine Praxis ist hier in Trier und wir nehmen jetzt auch gerade hier in Luxemburg auf. Also haben wir viele Luxemburger an der Grenze, eben die kamen zu mir und die waren in jeder Dimension unterschiedlich. Also die hatten vorher den Test nicht gemacht, die wussten gar nicht, dass es den gibt. Die haben mir nur erzählt und dann sage ich, sag mal, ich glaube, wir machen jetzt hier mal den Test. Auf jeder Dimension waren die anders und die waren so erleichtert, auch als sie bei mir rausgingen aus der Sitzung, weil sie zum ersten Mal begriffen haben, ach, deswegen, okay. Und der andere ist ja gar nicht böse und hinterhältig und gemein und will mich nur triezen, sondern der tickt einfach ganz anders. Das heißt, dieses ganze Konzept sorgt auch oder kann für ganz, ganz viel Verständnis und Toleranz sorgen. Das heißt, wenn zwei Menschen zusammenkommen, die sehr unterschiedlich ticken und wissen aber darum, das heißt, sprich, sie wissen, ich bin extra, du bist intro und so weiter und so fort, können ja ganz anders miteinander klarkommen, als wenn jeder voll identifiziert ist mit seinem Persönlichkeitstyp, aber gar nicht klar sieht und weiß, warum der andere so anders ist. Und ich glaube, genau das ist der Kernpunkt, warum es Sinn macht, sich die Persönlichkeitsdimension anzugucken, Tests zu machen, zu gucken, welcher Persönlichkeitstyp bin ich. Vielleicht auch die Leute, mit denen ich mich näher umgebe, welche Persönlichkeitstypen sind die. Und in dem Moment, wo ich weiß, warum derjenige so ist, nehme ich das, was er macht, nicht als persönlichen Angriff, sondern weiß, das entspricht seinem naturell. Genau, das ist es. Zum Beispiel nehmen wir mal die Denkentscheider. Also ich bin ja, genau wie du, extrovertiert fühlentscheider. Wir sind die, die offenherzig auf die anderen zugehen, auch gerne reden, auch schnell auf Persönliches kommen. Extrovertierte fällt es viel leichter, die mögen es auch, über persönliche Themen zu sprechen. Introvertierte brauchen mehr Distanz, die müssen jemanden länger kennenlernen, sind es dann noch Denkentscheider, noch mehr Distanz. Sprich, ich finde die ganz ein bisschen komisch, diese introvertierten Denkentscheider. Ich fühle mich von denen nicht so angenommen. Ich habe so das Gefühl, die mögen mich nicht, die sind so auf Distanz, bis hin, dass ich sie ein bisschen stoffelig finde. Und die umgekehrt finden mich natürlich too much. Die finden mich auch merkwürdig. Also viel zu emotional und vielleicht fühlen sie auch persönlich, dass ich viel zu aufdringlich bin auf eine gewisse Art und Weise oder viel zu sehr mit der Tür ins Haus falle. Also die finden mich auch komisch. Aber wenn man das jetzt weiß, wenn ich schon weiß, ich sehe das ja schon, ich arbeite schon so lange mit dem Konzept und das ist ja auch ein super Ding für Menschenkennnis. Ich merke ja sehr schnell, ob jemand so ein introvertierter Denkentscheider ist. Dann nehme ich das schon mal auf Anhieb gar nicht persönlich und gehe tatsächlich auch anders auf den zu. Ich lasse dem ja Raum, ich bin vorsichtiger, ich bin vorsichtiger auch mit privaten Angeboten, also über Privates zu reden oder dem persönliche Fragen zu stellen. Ich lasse ihn einfach so, wie er ist. Aber tatsächlich ist es so, dass du in meinem Freundeskreis, ich glaube, kaum einen davon findest. Weil es einfach nicht so gut passt. Ich hoffe, in deiner Buchhaltung finde ich ihn. Du hast es exakt verstanden. Genau darum geht es. Ja. Die sind in vielen Punkten, sind die super. Ich hatte mal eine Assistentin, die war so und die hat mir ein paar Sachen auch richtig auf gut deutschen Arsch gerettet, weil sie auch genau hingeguckt hat, was eben auch Konkrete, die wir auch noch konkret obendrauf, die Konkreten können ja Erbsen zählen, die können genau hingegucken. Und die haben auch Spaß daran. Die haben Spaß daran. Das ist eine Riesenschwäche von mir. Ich übersehe Details. Ich bin nicht gut in diesem Kleinteiligen und dadurch können mir in Bezug auf die Wirklichkeitswerte natürlich auch schnell mal Fehler unterlaufen. Ja, vielleicht da nochmal der Appell. Alles ist richtig. Jede Position, jeder Persönlichkeitstyp hat seine Berechtigung. Alles ist gut. Man muss gucken, mit welchen kommt man besser klar. Und natürlich auch, wenn man alle Einzelnen kennenlernt, dann weiß man besser, mit den Personen umzugehen. Vielleicht da nochmal der Hinweis, wenn ihr jetzt euch gerade fragt, welcher Persönlichkeitstyp bin ich denn? Den Test gibt es, wie gesagt, auf stefanie-stahl.de. Den könnt ihr kostenlos machen. Das ist echt spannend. Auch gerade mit seinem Partner das mal zu machen. Also ich fand es für mich total witzig. Und wenn man halt sagt, oh, das finde ich richtig spannend. Ich möchte mehr darüber lernen. Ich möchte auch mal meine Menschenkenntnis verbessern. Denn wenn man dieses Konzept verinnerlicht hat, und das ist ja gar nicht so schwer, kann man natürlich anderen Menschen auch viel klarer erkennen, habe ich ja das Buch auch So bin ich eben. Danach ist ja unser Podcast eigentlich auch benannt. Und jetzt im April kommt So bin ich eben für einen Job. Weil dieses Konzept wird auch viel für einen Job angewendet, viel in der Personalauswahl und Teambildung. Und deswegen habe ich mit meinem Co-Autor Christian Bernreiter das Ganze auch nochmal speziell für die Arbeitswelt hingeschrieben. Und da verbringen wir auch verdammt viel Zeit. Das vergessen wir manchmal. Wie wichtig auch Beziehungen dort ist. Gute Beziehungen zu führen. Ja, wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr den gerne abonnieren auf Spotify, dieser iTunes, überall wo es Podcasts gibt und natürlich hier auf Audio Now. Und hinterlasst uns gerne einen Kommentar oder schreibt uns eine E-Mail an. So bin ich eben at randomhouse.de wenn ihr eine Frage habt. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Audio Now